Ich lerne Deutsch. Ein Wort, zwölf Sätze. Begleiter Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Begleitung ist eine Form der Unterstützung, die jemandem hilft, ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Aufgabe zu erreichen. Ein Begleiter kann ein Freund, ein Familienmitglied, ein Partner oder sogar ein Haustier sein. Ein Begleiter kann ein Freund, ein Familienmitglied, ein Partner oder sogar ein Haustier sein. Die Sonne geht über dem Meer auf und begleitet die Landschaft mit goldenem Licht. Die Sonne geht über dem Meer auf und begleitet die Landschaft mit goldenem Licht. Der Wind ist der unsichtbare Begleiter, der die Blätter sanft tanzen lässt. Der Wind ist der unsichtbare Begleiter, der die Blätter sanft tanzen lässt. In der Stille des Waldes finde ich die beste Begleitung für meine Gedanken. Die richtige Ausrüstung ist ein zuverlässiger Begleiter auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen. Teamgeist ist der treue Begleiter, der uns über die Ziellinie bringt. Teamgeist ist der treue Begleiter, der uns über die Ziellinie bringt. Effiziente Technik ist der moderne Begleiter im heutigen Büroalltag. Effiziente Technik ist der moderne Begleiter im heutigen Büroalltag. Effiziente Technik ist der moderne Begleiter im heutigen Büroalltag. Gute Planung ist der zuverlässigste Begleiter produktiver Arbeit. Gute Planung ist der zuverlässigste Begleiter produktiver Arbeit. Gute Planung ist der zuverlässigste Begleiter produktiver Arbeit. Ein wichtiger Begleiter bei Entscheidungen ist die ehrliche Meinung eines Freundes. Ein wichtiger Begleiter bei Entscheidungen ist die ehrliche Meinung eines Freundes. Die richtige Weinbegleitung kann eine Mahlzeit zu einem kulinarischen Erlebnis machen. Die richtige Weinbegleitung kann eine Mahlzeit zu einem kulinarischen Erlebnis machen. Ein guter Begleiter ist jemand, der dich so akzeptiert, wie du bist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. id n n n n n n n Vielen Dank.